Wenn du zum Beispiel ein Musiker bist, der 15 Sekunden bis eine Minute Songs macht, dann wirst du wahrscheinlich der erfolgreichste Künstler der Welt. Das ist so der Moment, wo du mit dir abschließt zum Beispiel. Wenn du von Anfang an wusstest, dass jeder ein Hurensohn ist, aber du dir selber erzählt hast, dass du der Hund bist. Ich glaube, du solltest größer werden wollen als alle anderen, aber nicht, weil du größer werden willst, sondern, dass du beweist, dass das Prinzip der Größe nichts bedeutet. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind hier wieder auf Stoked bei Baked und Freunde von Freundin Space. Mein Name ist Marvin Gayn. Wir sind back in der Küche und ich darf den lieben Mois heute bei uns begrüßen. Schön, dass du hier bist, mein lieber. OG Christoph natürlich auch mal wieder am Start. Jetzt doch, Abi. Und heute gibt es russische Spezialitäten. Was hast du dir gewünscht? Pilmeni habe ich gedacht. Also es gibt Sachen, die ich komplett so von meiner Heimat habe. Das könnte nur meine Mutter machen. Deswegen dachte ich so, Sushi aus Russland sind so Pilmeni. Aber die hat ja hier einen Kollegen aus Berlin gemacht, ne? Weil ich kriege es nicht hin. Ehe, dass ich mich hier zum Horsten mache, habe ich gedacht. Es gibt aber eine sehr einfache Methode, wenn du sie auch zu Hause machen willst. Du machst Teig ausrollen, dann nimmst du so ein Ding, meine Mutter hat das immer gemacht so drauf, dann hat sie so ein bisschen links, damit das runter rauskommt. Dann ein Stück Fleisch in der Mitte, dann machst du so, dann machst du so, damit sie zu sind und dann machst du einmal so, dann ist einer durch. Das klingt eigentlich schon ganz easy. Ja, und dann sehen sie fast so aus, wenn man das schon 2000 Mal gemacht hat. So wie Hütchen. Und so eine russische Mama hat das wahrscheinlich schon 100.000 Mal gemacht. Aber die machen das so. Bist du selber, machst du selber Primmeni, kochst du selber überhaupt? Das sind seltene Momente, wo ich in der Küche stehe. Eines davon heute. Okay. Da war ich dich sehr markt, Bro. Ja, ich würde sagen, wir lassen Christoph den, das ist ja schon fast fertig, aber... Die Arbeit hält sich in Grenzen, weil den Schmand habe ich auch nicht selber gemacht, ne? Also ich habe noch ein bisschen Salz dran gemacht. Hast du dir ein Top-Gericht ausgesucht. Ja, ja, ich wollte eigentlich... Wegen der Work-Life-Balance. Ich wollte dein Leiden sehen eigentlich. Ich dachte so, er hat so eigene Dings, er macht irgendwas so. Kennst du das, wenn sie Teig mit Dings Liebe anpusten, zwei Tage lang und so, deswegen ist er so weichmäßig. Aber gar nicht. Wobei bestimmt der Kollege, der die gemacht hat, wird die Liebe reingesteckt haben. Dann lass uns mal wieder gehen, Dicke. Ich hoffe, ich schaff's, sie zu kochen. Was meintest du gerade, EM, Dicke? Wir hatten Internet 1.0. Ja. Wir leben jetzt in Internet 2.0. Ich merke selber, dass viele Plattformen immer wieder das erleben, was Facebook erlebt hat. Also es gibt zum Beispiel jemand, der dich abonniert auf Facebook und dann sieht er ja deine Beiträge, weil er dich abonniert hat. Das ist ja logisch. Das sollte das Prinzip eigentlich sein. Genau, das ist eigentlich das Prinzip. Irgendwann hat dann Facebook gesehen, okay, es gibt sehr viele Influencer, das Phänomen gab es ja damals nicht, aber jetzt gibt es die und die sind halt große Säulen Facebooks. Und die regenerieren auch viel Geld damit. Also könnte man an denen auch Geld verdienen oder andere, die weniger erfolgreich sind, dazu verleiten, so erfolgreich zu sein wie die. Also war der einzige Weg, durch diese Plattform wieder Geld zu machen, die Reichweite, die sowieso da war, weil du abonnierst, kostenpflichtig zu machen. Das heißt, du wurdest eingeschränkt und nur die, die dich am Tag fünfmal bewusst suchen, haben dich immer wieder gesehen. Die anderen, die jetzt nicht deine Eier lutschen. Nach und nach alle abgefallen. Weißt du, ich meine? Und dann musstest du zahlen. Und dann stirbt eine Plattform ab. Das ist mit Facebook passiert. Das passiert doch gerade mit Instagram. Das ist jetzt mit Instagram passiert. Du hast gesehen, viele Rapper hatten emotionale Downs und dies, das. Also viele haben über hunderte, tausende dies, das verloren. Und das sind eigentlich die, die denken, dass sie Hype verlieren, aber das ist einfach die Umstellung. Das ist einfach die Umstellung, dass Instagram kostenpflichtig wird und die löschen halt geschlossene Accounts einfach. Verstehst du das? Ja, und das ist auch nicht nur das. Natürlich gibt es auch viel von irgendwelchen Fake-Käufen und so eine Scheiße. Aber es sind auch die Leute, die auch teilweise keinen Bock mehr haben. Also Leute löschen selber ihre Accounts oder hören auf, Influencern oder Künstlern zu folgen, weil es ihnen auf die Nerven geht, wie diese Plattform sich verändert hat. Genau. Dass ich das Gefühl habe, als ob das so das Ende eines Zeitalters ist. Weißt du, ich meine? Ähnlich wie 2000, als diese fetten Röhre da waren und Apple am Kommen war und Internet sich schnell entwickelt hat und Facebook durch die Decke gegangen ist, dann war quasi das Zeitalter von Internet 1.0, wo Leute nur E-Mails verschickt haben, wo man quasi textliche Informationen nur gesehen hat, war 1.0. 2.0 war quasi das Update mit Social Media. Menschen konnten sich connecten auf der ganzen Welt. Das gab es ja früher nicht. E-Mails war so die kleine Version davon, aber diese Art des Connectens… Genau, aber du konntest zum Beispiel jetzt nicht mich anrufen, mit mir eine Party machen, diesmal, das ist halt… Ich weiß nicht, ob das schon noch dazugehört oder der Anfang davon war, aber es gab halt noch so diese Zeit mit so AOL-Chats und dann so Napster und so ISDN-Internet und sowas. Genau, und da hat es sich schon angefühlt wie das Ende von Internet 1.0, weil mehr war nicht möglich. Ja, genau. Dann ist der Schritt gekommen und es war alles nur in diese Richtung. Das heißt, was ist für uns schon im Internet heute relevant an Seiten? Nichts. Es wird keine Seite geben, die du besuchst, außer an diesen Fingern. Weißt du mal, maximal Google, Facebook vielleicht, aber dafür gibt es… Auch noch, wo ich Animes lese. Ja, genau. Man hat so seine zwei, drei Seiten vielleicht. In der ersten Bezogen zwei, drei. Früher war… Früher waren nur Seiten. Nur Seiten. Und ich will jetzt damit sagen, also sind wir nur auf Social Medias unterwegs, TikTok, YouTube, diesmal. Und deswegen fühlt es sich jetzt gerade irgendwie so an, als ob dieses 2.0-Alter aufhört, weil du hast halt merklich das Gefühl, dass Leute quasi zu schnell von irgendwas kriegen. Durch dieses TikTok und so sind halt Menschen, die nichts waren, quasi innerhalb von 10 Minuten auf 10 Millionen. Das heißt, diese Reichweite ist nichts mehr wert eigentlich. Aber sie ist auch wirklich nichts mehr wert. Also wenn die dann anfangen, andere Produkte zu machen, lasst es halt Musik oder zum Beispiel, weiß ich nicht, Make-up-Linien oder sowas. Ja, genau. So wie ich das mitkriege, vielleicht bekomme ich auch nicht alles mit, aber ich habe viel gesehen, dass die auf TikTok, keine Ahnung, 10 Millionen haben, aber dann nur 5000 Spotify-Streams. Oder ihre Produkte vielleicht, keine Ahnung, 500 Einheiten verkaufen oder sowas. Das ist halt das Ding. Die Reichweite wurde jetzt bestimmt gedrillt, verdummt in eine Richtung. Zum Beispiel TikTok ist nur dieses Scroll-Bedürfnis. Und schnell, 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 die ganze Zeit. Wenn du zum Beispiel ein Musiker bist, der 15 Sekunden bis eine Minute Songs macht, zum Beispiel wie Triple X, aber Light Edition. Er hat ja auch kurze Songs, noch kürzer, nur für TikTok. Dann wirst du wahrscheinlich der erfolgreichste Künstler der Welt. Aber so einen gibt es nicht. Und deswegen ist es sowas wie, es müsste mehr möglich sein. Zum Beispiel in diesem Iron Man Film. Zum Beispiel Tony Stark geht in einen Raum rein und er klickt einen Knopf, sowas wie Siri schaltet sich ein. Und er hat vor sich so Head-Up-Distoy wie ein Auto. Und er kann den bedienen und so. Jemand anrufen, Hologramm von ihr steht neben dir. Und du kannst mit ihr kommunizieren, obwohl sie in Kalifornien ist. Sie sieht dich dort auch so. Und eine externe Kamera kann dich auch aufnehmen. Das ist quasi das, was eigentlich möglich wäre von technologischem Fortschritt. Und das ist, glaube ich, so Internet 3.0. So dieser, ja, Mark Zuckerberg versucht dieses Methodist das. Aber der Ansatz, den er hat, ist schon der richtige. Vielleicht schafft er es nicht. Aber was hat er, ich habe das auch, diese Schlagzeilen gelesen, aber ich habe nicht gecheckt, was genau hat er da gemacht. Er will 3.0 einleiten, das Internet 3.0 einleiten. Und der Erste dafür sein, der jetzt das Internet revolutioniert. Das Ding ist, was er vorhat, er möchte, dass der Schritt zu 3.0 so wird, dass es keine Social Medias mehr gibt. Also kein Instagram, kein TikTok, das ist das, was ich meinte. Dass die nicht mehr relevant werden, weil jeder von uns eine eigene Welt hat. Eine Online-Welt. Das heißt, wenn er etwas von dir hören will, muss er deine Welt abonnieren. Wenn er etwas von dir sehen will, ist es dein, egal was es ist, das ist deine Welt. Deine Welt hat vielleicht 1.000 Leute, die dir folgen. Aber die leben quasi in deiner Welt. Weil sie diese Linsen anhaben, sehen sie halt alles, was du siehst auch. Die können mit dir in deinem Zimmer chill, obwohl sie nicht da sind. So dystopisch, ja. Das meine ich. Meinst du, die Menschen kommen darauf klar? Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass das morgen schon so ist, auf einmal kommt das jetzt. Es ist schon sehr bald eigentlich, ja. So denke ich nämlich auch, dass wir dem Ganzen sehr nahe kommen, wenn man die technologischen Fortschritte betrachtet. Also, Bruder, ich kriege Herzrasen, wenn du darüber redest. Ich denke mir so, Gott, ich will im Wald, ich will im Dschungel, ich will damit gar nichts zu tun haben. Weißt du, es gibt zwei Sachen, die ich bedenke bei der Sache. Sache Nummer eins, es wird wenigstens das Prinzip des Datenschutzes viel besser. Weil das ist ja quasi deine Welt und wenn du dann Person des öffentlichen Lebens sein willst, bist du wortwörtlich die Person des öffentlichen Lebens. Du gehörst. Verstehst du? Du entscheidest, ob du jetzt in diesen Raum reingehst und diesen Raum so anschaust und sagst, okay, den würde ich so eintragen. Aber, Digga, was macht denn das aus Followern? Also, weißt du, das ist ja dann Follower, du... Genau, das ist dann die Frage. Ist dann euer Verhältnis der Fangemeinschaft jetzt krasser oder ist das beängstigend? Und das ist dann ein Experiment, den ich hier bin. Was sagst du? Ist das beängstigend für dich? Es ist schon beängstigend, ja. Theoretisch, du machst jeden Tag ein Video im Internet, dein Raum ist ja schon zugänglich für alle. Aber das Gute wäre halt, es wird in so einem System nicht möglich sein, anonym zu bleiben. Das ist quasi das Gute für die Person des öffentlichen Lebens. Das heißt, wenn jemand Scheiße bauen würde, du würdest das sehen. Wenn jemand bellen würde, du würdest alles wissen. Und auch Leute, die schon bezahlen, um Teil deiner Welt zu sein, werden wahrscheinlich nicht unbedingt die Hater jetzt als erstes sein. Ja, genau. Du könntest halt Sachen machen wie, auch ganz spontan, du sagst, du stellst hier eine schöne Bühne auf, machst hier einfach ein Konzert und ladest die ganzen Boys hier ein. Das sind einfach Hologramme, Bruder. Aber die chillen zu Hause eigentlich, wie diese Black Mirror Folge. Aber es ist halt dasselbe Feeling. Weißt du, ich meine, wo es einen Vorteil gibt, gibt es auch einen Nachteil. Und zwar? Diese Anonymität. Du kannst halt nicht anonym sein. Du hast jetzt halt die komplette Kontrolle über dein Leben. Aber ist es dann besser, weil du gerade meintest, es ist für Datenschutz ein Schritt in eine gute Richtung. Nein, die Frage ist viel tiefreichender. Damit dieses System und die Kontrolle, es ist ja Kontrolle, existiert, muss diese Ordnung herrschen. Was man positiv oder negativ sehen kann. Genau, aber jetzt dann halt die Frage. Stell dir jetzt, stell dir vor, wir erschaffen jetzt durch Internet 3.0 dieselbe Welt wie jetzt, aber online. Muss es denn nicht auch eine Datenbank geben? Doch, natürlich. Eigentlich schon. Geht ja gar nicht. Ist es dann eine Kontrolle oder ist es ein nötiges Gut? Es ist ein nötiges Gut, was aber sehr einfach zur Kontrolle misbraucht werden kann. Genau, aber genau so kann man auch an der Bundesregierung. Ja, na klar. Genau, es passiert jeden Tag. Es wird auch jeden Tag passieren. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt die Frage jetzt. Soll ich mir jetzt einen Allohut aufsetzen und gegen den Fortschritt der Technologie mich wallen und in der Vergangenheit leben? Oder soll ich versuchen, das, was übel ist, an dem in Kauf zu nehmen und damit umzugehen? Weil es geht ja nicht anders. Wenn die wollen, werden die das sowieso tun. Ja. Weißt du, das ist halt das Ding. Und ich bin halt so ein Mensch, ich möchte technologische Fortschritte sehen, egal wie sie sind, um zu wissen, ob es überhaupt richtig war, das zu suchen. Es wurde hier irgendwie sehr tief. Nein, aber ich finde es geil, Dicke. Es ist total philosophisch und rechtzeitig wissenschaftlich. Ich habe keine Ahnung gehabt, mit wem ich über Internet 3.0 reden soll, Dicke. Dann kamst du. Ich finde es interessant, weil ich mache mir auch viele Gedanken darüber. Vor Jahren habe ich mir viel über künstliche Intelligenz und AI und die ersten Schritte in die Richtung. Es ist beängstigend, wenn man es zum ersten Mal so hört. Ich glaube aber auch, es ist beängstigend, weil wir so viele Filme gesehen haben. Aber wenn du da, wenn du in dieser Thematik da quasi deinen Anfang gefunden hast, als es um Denken ging und losgelegt hast, quasi philosophisch zu werden, als uns rübergehen zu etwas anderem, was war der Gedanke oder was war der Antrieb, als du angefangen hast, Mäus zu machen, Videos hochzuladen? Also ich sage dir ehrlich, ich glaube, das klingt jetzt vielleicht so sehr komisch oder nicht komisch, so arm oder so, aber der Grund war irgendwie so Einsamkeit. Ich wollte einfach so eine Gruppe Menschen, die nur mir zuhört, weil mir irgendwie sonst niemand zuhört. Weißt du, was ich meine? Aber ich wusste, dass wenn man mir zuhört, ich irgendwie mein Potenzial krasser freischalten kann und es ihnen auch besser gehen wird. The highest human act is to inspire. Irgendwie wollte ich einfach nur, dass man mit mir redet und mir zuhört. Das war halt so der Grund, wieso ich YouTube gemacht habe. Ich habe das verpackt mit Verarsch und dies, das jetzt, aber das war alles unter dem Deckmantel. Zuerst mal diese Leute zu sammeln, damit sie irgendwann das, was du sagst, verstehen. Also auf der Suche nach Verständnis. Genau so. Also so traurig, wie es klingt, so schön ist es aber auch, weißt du? Vor allem, wenn man auf dieses Verständnis dann trifft. Genau, ja. Ich meine, du triffst jetzt ja schon jahrelang auf dieses Verständnis. Was ist dann heute dein Antrieb, immer noch jeden Tag zu sagen, ein Video, noch ein Video, ich mache jetzt Mikrowelle in Mikrowelle? Ich sage dir ehrlich, dieses Jahr habe ich so spirituell sehr viel in mir gefunden und es ist aber sehr viel mit mir auch passiert. Weißt du, ich meine, es ist vielleicht so menschlich gesehen 80% von mir gestorben, so komplett tot. So intellektuell gesehen sind viel mehr da, aber irgendwie fehlt halt dieses Warme und ich sehe Dinge komplett anders. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Musik höre, höre ich, wenn jemand einfach so das nicht fühlt und ich kann so 80% nicht hören. Weißt du, ich meine, oder wenn ich einen Film sehe, ich weiß, was am Ende passieren wird und es macht gar keinen Spaß. Oder wenn ich mit jemandem rede, ich weiß, dass er einfach von mir was will in der ersten Sekunde und ich muss einfach die nächsten zwei Stunden nett mit ihm sein. Verstehst du, das habe ich alles erkannt und dann habe ich mein Content auch gesehen und ich habe wirklich jeden Tag so Sachen gemacht, wie du sagst, aber wie Arbeit. Es war eine Zeit, ich habe es einfach so gemacht und dann sind mir viele Sachen passiert, die ich gar nicht teilen kann, weil ich sie nicht mehr mit mir selben teile. Ich kann das laut nicht aussprechen zu mir selber, weil ich das einfach nicht hören will. Ich könnte das halt offen gar nicht sagen. Wenn ich das ausspreche, beginne ich irgendwie so zu zittern und mir wird schlecht. Deswegen will ich das einfach verdrängen und dann gucke ich meinen Content an. Und ich habe gemerkt, dass ich in meiner schweren Zeit trotzdem Content mache, aber es geht mir nicht gut. Und meinst du, die Leute merken das? Es kann sein, ja, aber es geht mir dann nicht gut, weil ich weiß, dass ich krassere Videos drehen will oder so. Oder dass ich nicht mehr will, dass ich, egal was passiert, bis 18 Uhr was gedreht haben muss, damit es morgen kommt, auch wenn es scheiße ist. Und es wird Klicks machen. Aber was ist schon das Prinzip der Klicks? Habe ich angefangen, weil ich Klicks wollte, dann wäre ich ein Heuchler, wenn ich genau das weitermache. Und dann habe ich halt für mich selber gesagt, dass ich was Krasseres machen will. Und dann fickst du dich halt wahrscheinlich auch selber. Aber wenn du das nicht machst, fickst du dich in deinen Kopf. Wenn du nicht den Anspruch hast, immer was Krasseres zu machen. Genau. Du bist dann dafür zuständig, dass die Scheiße weiter funktioniert, die funktioniert. Ja. Dann kannst du dich nicht aufregen, dass jede zweite Reaction macht. Na klar, das ist der einfachste Weg. Das ist halt das Ding, Bruder. Wenn jeder Rapper sich darüber beschwert, dass zum Beispiel Entertainer Musik machen, aber dann macht jeder von denen Twitch, kannst du das nicht sagen. Ja, voll. Und wenn du aber in dieser Welt nicht existieren willst, dann musst du über dir hinaus sein. Und du bist über dir hinaus nicht, wenn du mehr Klicks hast. Einfach, wenn es dich nicht juckt. Ja, wenn es dir gut geht. Genau. Man hebt sich schon von der Masse ab, wenn es dir wirklich gut geht. Das ist alles wahrlich. Und ich meine nicht dieses, ah ja, mir geht es gut, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich bin dankbar. Wenn du glücklich bist. Sondern wirklich, von innen heraus, von diesem Gefühl im Herz, was wir, also ich glaube, wir, viele Menschen wie wir, die immer rennen, die immer machen, sehr lange ignorieren. Also ich habe sehr lange nicht wirklich gespürt, es gab natürlich Momente, Dicker, keine Ahnung, man, auf der Bühne oder wenn ich mit meinem Bruder irgendwo bin und wir gemeinsam, natürlich gibt es so Momente. Aber dieses jeden Tag zu strahlen von innen heraus, das geht irgendwo, glaube ich, verloren auf diesem Weg, weil man sich immer beschäftigt hält. Egal, ob man jetzt etwas verdrängen möchte, ob man etwas wegrennt oder ob man eben, ja, ich habe so krasse Ziele und ich will hier. Das ist, man muss sich diesen, man muss irgendwo, glaube ich, diesen Abstand nehmen und sich immer wieder... Das Schlimmste ist, Bruder, stell dir vor, du verfolgst etwas sehr Krasses für jemanden oder für etwas, für ein Konstrukt. Und stell dir vor, das Konstrukt während des Verfolgens war ein Hohenzoll. Oh Gott, Dicker, ja, zu oft erlebt. Das ist halt hart. Puff, ja, also das ist ja das Ding, wenn du, egal was du tust, solltest du eigentlich immer für dich tun und für deine Glückseligkeit... Das hat mich am traurigsten gemacht. Das ist so der Moment, wo du mit dir abschließt, zum Beispiel. Wenn du anfängst, das nur noch für andere zu tun, meinst du? Nein, wenn du von Anfang an wusstest, dass jeder ein Hohenzoll ist, aber du dir selber erzählt hast, dass du der Hund bist. Dass du der Falsche bist und dass es sein muss, dass du zu jedem korrekt bist, zu dem du seit deiner Geburt, weil du geboren wurdest, korrekt sein musst, quasi. Stell dir vor, es gibt so Menschen, zum Beispiel irgendein, der oder der oder Freund von Familie, dies, das. Du versuchst halt, Liebe zu schenken an Menschen, die du irgendwie nicht fühlst, weil sie einfach in deinem Leben sind. Du hast das Gefühl, dass du sie irgendwie hassen musst, aber du hast keinen Grund dafür und deshalb bist du der Bastard. Aber eines Tages stellt sich raus, dass er der größte Bastard war. Und dann bestätigt es das, dass deine Bastardhaftigkeit eigentlich richtig war. Weil du ihm gegenüber, also weil du es vielleicht auch schon wahrgenommen hast. Das heißt, du bist nur erfolgreich, wenn du scheiße bist. Und das zu erkennen ist traurig. Kommt natürlich dann darauf an, wie du halt Erfolg definierst, weißt du? So, klar. Erfolg ist einsam. Naja, Erfolg in der materiellen Welt. Ich denke, ich habe lange für mich damit abgeschlossen, zu sagen, Erfolg ist für mich, ich muss auf Platz 1 und ich muss Gold oder ich muss besser als jemand anders. Sondern für mich ist Erfolg, wenn ich morgens aufstehe und lächeln kann. Das ist für mich Erfolg und das ist nicht jeden Tag so. Aber es gibt Tage und es gibt Momente, wo es so ist und da fühle ich mich wirklich erfolgreich oder auch reich. Ich glaube wirklich, dass Erfolg nur das ist, wie gut du dich fühlst, Bruder. Ich habe so, ich kenne auch. Aber warum meinst du dann, man muss ein Arschloch sein oder ein Bastard sein, um erfolgreich zu sein? Oder meinst du damit wirklich nur diesen materiellen, gesellschaftlichen Erfolg? Nein, ich meine damit, wenn du zum Beispiel in der Szene dann Freunde haben willst, die du korrekt findest, weil du zum Beispiel wirklich ihre Musik feierst. Oder du siehst jemanden, der freestylt gerade etwas und die Art, wie er freestylt, fühlst du. Dass er zum Beispiel nur auf diesen zick, 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 zick rappt. Normalerweise rappt jeder auf denen, Turbo-Fethe ist das alles benommen, aber so zick, 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 auf denen. Und er macht das. Also ganz anders und du fühlst das. Und du willst dich beim Lutschen, du sagst einfach nur, Bro, ist voll nice irgendwie. Dann bindet sich vielleicht eine Freundschaft, ihr seid Freunde und Kollegen. Aber er hat in dir von Anfang an zwei Millionen Abonnenten, circa 80.000 Euro pro Monat und potenziell 100.000 Euro mehr pro Tag gesehen. Mehr nicht. Du hast in ihm Menschlichkeit gesehen. Das heißt aber, wenn du in diesem Business funktionieren willst, musst du derselbe Hohenzollern sein. Ja. Das ist das Problem. Wenn du mitspielen möchtest. Genau. Oder man erschafft ein ganz eigenes Spiel, was größer ist als alle anderen Spielen. Ganz genau. Es muss nicht mal größer sein. Natürlich ist schön und ein geiler Antrieb, aber ich habe für mich, egal wie viel... Aber weißt du, was soll ich dir sagen? Es muss größer sein. Ja, sehr gerne. Wir sagen uns jedes Mal, nein, es muss nicht größer sein. Nein, es muss größer sein. Es muss größer sein, wenn du... Damit die verstehen, dass da Scheiße ist. Genau, wenn du einen größeren Purpose dahinter hast, wenn du einen größeren Sinn dahinter hast, ja. Aber wenn es dich quasi auch glücklich macht, in deiner eigenen kleineren Bubble zu sein. Safe. Safe, bro. Und du kannst ja auch kontinuierlich wachsen. Ich sehe mich selber zum Beispiel noch nie wirklich im Rap-Game mit meiner Musik. Ich sehe mich natürlich mit Hotbox und mit Baked, weil ich hier immer mit Rappern sitze, die in der Szene sind. Natürlich finde ich dann dort statt. Aber meine eigene Bubble, wo ich mit immer ready bin, wo ich auch meine ausverkauften Toren spiele... Das ist halt etwas, was ich auch nur hier sehe, weißt du, ich meine? Ja. Also wenn ich das sehen möchte, dann komme ich wirklich nur her. Ja. Du hast halt deinen Purpose gefunden irgendwo. Also ich verliere ihn auch immer wieder und suche mir auch immer wieder einen Neuen. Weil wenn ich heute daran denke, dass ich so mein Purpose manchmal auch war, ich muss es dem zeigen oder ich muss... Ich glaube, du solltest größer werden wollen als alle anderen, aber nicht, weil du größer werden willst, sondern dass du beweist, dass das Prinzip der Größe nichts bedeutet. Ja, genau. Verstehst du? Weil sogar so ein Opfer wie du oder ich dann vielleicht größer sind als die und ihnen dann zeigen, bro, das ist eigentlich nichts. Ja. Nicht nur Rapper, ich glaube so, ich glaube so, ich glaube kaum ein Mensch, ja. Wir reden nur von Erfolg, ob Erfolg Glück ist, weißt du, ich meine? Du weißt, wie viele Erfolg haben und du weißt, wie viele von denen seit zwei Jahren nicht einmal gelächelt haben. Die meisten von denen haben keine Frau, die an ihrer Seite ist, keine Mutter, die stolz auf sie ist und nicht mal einen Bruder, der für sie 10 Euro zahlen würde. Und das macht sie nicht glücklich, okay? Aber sie haben Geld, Bruder. Aber die werden verstehen, dass Geld nichts ist. Wenn wir jetzt in Social Media über etwas reden, was uns weh tut, müsste man reflektiert reden, wie wir beide zusammen reden und erklären, wieso wir so denken. Wir hinterfragen nur uns. Wir werden niemanden anderen hinterfragen. Ich werde nicht in deiner Seele rumwöhnen, du nicht in meiner. Aber Social Media ist zu 99 Prozent nur dafür da, Likes zu machen. Und das gibt dann die Drei-Punkt-Regel. Die Drei-Punkt-Regel ist, mindestens in den 15 Sekunden drei Emotionen zu haben. Verstehst du? Drei Höhepunkte, wie in Sex. Drei Mal Höhepunkt. Muss in den 15 Sekunden sein, damit ein Zuschauer algorithmisch verleitet wird, etwas zu liken. Wenn ihr berühmt werden wollt, müsst ihr nur das tun. Das ist wirklich nicht mehr, okay? Und stell dir vor, was sollst du dann erzählen? Du wirst nichts erzählen können, weil du Mitleid der Menschheit erregen willst oder einen Hype starten. Und dann entstand unsere Cancel-Culture. Oder da wurde sie auf das nächste Level gehoben. Auf dem vermeintlichen, wir reden über unsere Probleme, ist nur, der ist ein Hohensohn und der ist ein Hohensohn und der ist ein Hohensohn passiert. Also niemand redet eigentlich über sich selber. Jeder redet darüber, dass der ein Bastard ist und es mir deswegen schlecht geht. Oder der ein Bastard ist und da in den Namen gibt es nicht das und der in den Namen gibt es nicht das. Und das sind die Probleme, mit denen wir uns befassen. Obwohl es tausend Milliarden andere Probleme gibt. Ich finde, dadurch, dass wir über unsere Probleme reden, ist das der richtige Schritt. Aber wie wir es kommunizieren, ist wieder Hass. Wir differenzieren uns. Meistens reden wir nicht tatsächlich über unsere Probleme. Wir reden über andere. Aber auch wenn wir quasi über unsere Probleme, die wir vielleicht mit anderen haben im Internet reden, dann ist das dieses, ich habe jetzt gerade eine emotionale Reaktion und ich lasse sie ins Internet raus. Und nicht, ah, ich habe eine emotionale Reaktion, ich setze mich mal damit auseinander. Genau. Und das gebe ich am Ende den Leuten. Würdest du dich so hinsetzen und sagen, also ich hatte einen besten Freund, dies, das, dies, das. Was soll ich tun? In meinem Kopf ist gerade das und das. Hattet ihr mal sowas? Dann hätte ich das komplett verstanden und ich hätte mich verstanden gefühlt. Verstehst du? Aber stell dir vor, du erzählst nur Gossip-Scheiße über ihn, was das für ein Hohensohn war. Klar, das wird mich auch mitnehmen und ich werde sagen, Digga Marvin ist voll der Süße. Aber man sieht doch eigentlich, wenn jemand sich so verhält, dass er eigentlich nur verletzt ist. Ja. Wenn man auf der Ebene so weit betauft. Aber ich habe Angst, wie gesagt, vor der Hierarchie. Weil in, also, Zukunft ist ja nichts außer Geschichte, die sich immer wieder wiederholt. Aha. Okay? Es wird niemals etwas passieren in der Zukunft, was nicht schon passiert ist. Niemals. Egal, was du tust, Bruder. Und es gab immer wieder etwas, wo man gesagt hat, okay, ich habe einen blauen Pullover, du hast einen Violetten. Das ist eigentlich gar kein Ding. Aber mein eigentliches Problem ist es, ich mag den Stuhl mehr und auf dem Sofa muss ich so liegen. Aha. Ich würde voll gerne in dem Stuhl sitzen. Also erfinde ich jetzt irgendein Hundesohn-Scheiße und sage, Bro, ich sage dir ehrlich, diese violetten Pullover sind richtig schädlich, habe ich gehört. Und Digga, ich glaube, du solltest hier aufstehen. Aha. Wir werden uns biefen, dies, das, du wirst vielleicht nachgeben. Und seitdem führen wir unsere Verte weiter. Jeder, der einen violetten Pullover trägt, ist ein Hund für mich. Für dich, jeder, der einen blauen trägt. Und wir differenzieren uns, weil unser Motiv für die Tat ein anderer war, der unaussprechlich war, weil er moralisch verwerflich ist. Und man findet oberflächliche Erklärungen ganz einfache. Ja, und dasselbe machen wir in den Social Media, Bruder. Ich finde deine Gedankengänge ultra interessant, Digga, du hast einen wirklich einen... Also mit dir macht auch Spaß zu reden. Ich glaube, du bist nicht ohne Grund da, wo du bist. Arnold Schwarzenegger hat gesagt, es gab nie einen Plan B. Ja. Weißt du, ich meine, scheiß drauf. Wenn du drauf gehst und es nie schaffst, dann hast du wenigstens in deinem Sterbebett den Gedanken, du hast alles versucht. Aber stell dir vor, du gehst drauf und du warst ein Sklave und du willst dich fragen, hätte ich es versucht, wäre ich vielleicht keiner gewesen. Ja. Wir haben jetzt über Gott und die Welt philosophiert, aber wir haben gar nicht über Musik geredet. Und deswegen bist du ja auch unter anderem hier, weil jetzt wieder neue Musik von dir kommt, richtig? Ja. Also ich sage dir ehrlich, diese Zeit jetzt mit diesem Album, oh, das sieht sehr krass aus. Das sieht süß aus. Also das war so für mich wie so eine Geburt irgendwie. Okay. Das war echt hart, Bruder. Ich bin echt... Ich kann dir das gar nicht erklären, ich weiß nicht wie. So, ich hatte immer so einen Traum, kennst du das so? Die Aufnahmen von Jay-Z zum Beispiel, wenn er ins Studio geht und er rattet einfach so fünf Tracks runter. Oder Juice Wold, Bruder. Weißt du, er setzt sich hin und das war immer mein Traum, so zu fühlen wie dich. Aber ich habe das irgendwie nie verstanden. Ich habe dir erzählt, diese Sachen, die passiert sind, ist das. Und es war so schlimm in mir so, ich konnte irgendwie das niemandem erzählen. Dann bin ich einfach allein ins Studio gegangen. Und irgendwie war das so, als ob er mich ausgetauscht hat. Und eine Sache ist passiert. Mein Ingenieur hat gesagt, Bruder, du hörst dich doch selber nicht. Mach mal ein Kopfhörer ab. Und das war für mich so, als ob ich so 90 Jahre mit so 200 Kilo so... Hast du dich selbst nicht gehört beim Aufnehmen? Ja. Und du singst doch mit Auto-Tuning und wie auch... Ja, genau. Ich habe immer so aufgenommen. Okay. Und ich wusste, dass ich... Dann habe ich das Werk getan. Und ich dachte so, what the fuck? Aber mach dir doch eine Vocal-Chain und hör dich schon mit Effekten, wenn du aufnimmst. Bro, ich sage dir ehrlich, ich brauche jetzt wirklich, wirklich, ich will den Beat nicht hören. Noch nie. Du musst ihn mir nur einschalten. Ich gehe da einmal rein und ich bin fertig. Und seitdem das war für mich so... Genau so ist das Album. Ich habe mich irgendwie selber gefunden da drin. Weißt du mal? Und es juckt mich null, wer das hört. Aber die, die das hören, sind gefickt. Safe. Aber warum? Die wollen doch genießen, oder? Ja, auf Genusslevel. Gefickt ist da. Gut gefickt. Gut, ich dachte dieses... Koi tossiert. Christoph. Danke, dass du gekocht hast, Christoph, Alter. Ich küsse dein Herz. Die Pilze stehen dafür, dass das die vegetarische Version ist? Das ist der Veggie, ja, die sind mit Kartoffeln gefüllt. Okay. Ich habe nur noch Pilze und ein bisschen Fenchel, um noch... Finde ich korrekt von dir. Dankeschön. Das sieht nice aus. Das ist der Klassiker, Schmand. Und das hier ist so ein Tomate... Ich habe noch ein bisschen Chili dran gemacht, so Tomate, Paprika. Geil. Dann los, lass uns auftun. Guten Appetit. Guten Appetit. Danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst, Bro. Bro, danke für das Gespräch. Ich finde es sehr, sehr nice, der Klassiker ist. Also ich hätte auch noch... Oh, danke für das erste Mal. Ich habe die Flute imắm này... Oh, danke, humans darauf hinaus. Oh, danke, man. Vielen Dank.